Hey Leute, was geht ab und damit? Willkommen zurück zu einem weiteren Video, hier und auf diesem Kanal, sofort und gleich. Wir zeigen euch heute mal den neuen Shop. Ähm, 3, 2, 1 und... Let's go. Was ist drinne? Wir haben... Oh. Bruh. Also wir haben auf jeden Fall auf der rechten... Also wir fangen mal mit links an. Da haben wir den... Da haben wir einmal den Boombox als Rucksack und hier Mullet Murder. Ich kann's mal eben auf... Leute, ich hab das mal eben auf Deutsch gestellt und jetzt können wir mal gucken. Aero Big Assassinen und den... Was? Vukuila Fatzke. Okay, auf jeden Fall zwei neue Skins. Ähm, ja. Würde ich mir jetzt eigentlich nicht kaufen, aber kann man machen. So, dann haben wir hier die Picke. Äh, ja. Das Set dazu. Picke. Äh, Hacktraining. Äh. Äh. Nicht so toll. Und hier den Windbrecher. Okay. Ja, sind jetzt nicht so krasse Sachen, aber... Okay. So. Hier drüben haben wir den Toxischen Trooper. Ich mag diesen Scan einfach nicht. Ich will ihn mir auch ehrlich gesagt gar nicht kaufen, also... Ich würde den mir jetzt nicht wirklich holen, aber... Okay. Dann haben wir die beschlagene Hacke. Okay. Äh. Auch eine neue Spitzhacke, glaube ich. Aber... Sieht nicht so toll aus. Also würde ich mir auch nicht eher kaufen. Dann haben wir den Nachtlicht-Skin drin. Gestern hatten wir ja den Nightlight drin, also die männliche Version davon. Ähm. Ja. Äh. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, ich kaufe mir den. Also ich glaube, vielleicht kaufe ich ihn mir, ihn, aber ich weiß es nicht. Je nachdem. Dann haben wir Elektro-Shuffle. Einmal ganz abspielen. Ein ziemlich cooler Emote. Ähm. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Wenn man Bock hat, oder wenn man auf Emotes steht, dann kann man sich den auf jeden Fall kaufen. So. Nun haben wir den Twist. Ähm. Den habe ich mir persönlich gekauft. Ja. Auch eigentlich. Ähm. Ganz gechillt. Also geht. Also es ist nochmal kurz in der Elektro-Shuffle, weil keine Musik da war. So. Dann haben wir die beschlagene Hacke. Mal ganz kurz den Sound. Ist ja nix. Okay. Und als letztes in dem Shop haben wir den getarnt Gleiter. Für 500 V-Bucks. Ähm. Ich mag Gleiter. Ich bin ja kein Fan von Gleitern. Ich habe mir auch noch keinen Gleiter geholt. Hier. Keinen Gleiter bis jetzt geholt. Ähm. Ja. Sonst. Also wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über liken und da freuen. Bis dann auch an. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.